Lass ihn leben, ich lasse dich weg. Biss ihn? Ich mache das gleiche zu dir. Lass ihn gehen. Du hast was du willst, Mensch. Sind wir frei, zu gehen? Wir hatten einen Deal. Menschlichkeit? Ich wusste nicht, dass so etwas existierte. Danke. Ich dachte, sie würden mich... ... töten. Mordent hat dich zu finden? Er braucht sie. Der Professor könnte jetzt deine Hilfe benutzen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Voluntierer. Ja, okay. Ich gehe sofort. Danke wieder. Ich schaue dir... ...wenn... alles. Wer hat gesagt, dass du schon umgreifen sollst? Mann. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das wird ihn runter. Ich habe ihn. 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 Er hat ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Er geht nach oben. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss Munition sparen, aber... Das will put him down! Das war's für heute. Das war's für heute. Wir müssen die Kürze, dann reaktivieren die Fans. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob es dieser Watcher ist, aber... Ich weiß, dass Mark mir, also die englische Stimme vom männlichen Shepard, auch mindestens einen Watcher mal synchronisiert hat. Also... Ich glaube, ich könnte echt nicht so reden. Ich meine, gut, ich hab... Praktisch keine Erfahrung in der Berichtinstimmung, ne? Und auch kein Schauspielertalent, aber trotzdem... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hilft natürlich, wenn man keine Munition hat. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, nimmst du jetzt bitte dieses Thermomagazin mit? Ernsthaft? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir müssen noch den anderen aktivieren. Oh, wie viele. Da bräuchte man gerade mal Schockhülle. Ich glaube, man steigt nicht mehr während der Missionen auf. Ich glaube, man steigt nicht mehr. Wieso, aber du kommst nicht näher. Ich glaube, man. Ich glaube, man steigt nicht mehr. Ich glaube, man steigt nicht mehr. So bin ich nicht. Ich glaube, man steigt nicht mehr. 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 Ich glaube, man steigt nicht mehr in der Klinik. Es wird nicht lange dauert. Ich bin auf dem Schiff. Ich freue mich. Wir gehen jetzt. Wir sehen uns in der Normandie. Sie kennen den Unbekannten. Ich glaube, man steigt nicht mehr. Ich glaube, man steigt nicht mehr. Ich glaube, man steigt nicht mehr in der Klinik. Ich glaube, man steigt nicht mehr in der Klinik. Ich glaube, man steigt nicht mehr in der Klinik. Ich glaube, man steigt nicht mehr in der Klinik. Sie brauchen Sample. Welcher Weg zum Labor? Seuf mich, Prof. Also, wie gesagt, künstliche Intelligenz, nicht virtuelle Intelligenz. Ich... Wer? Warum? Wie? Darf ich die Person bitte schlagen, die diese Untertitel geschrieben hat? Ich glaube, dass alles gut geht hier? Ich möchte eine Chance, um die Normandie durch ihre Pferden zu lassen. Ich muss nur die Auspuffung auf die Auspuffung, und es wird so, wie wir sie nie verloren haben. Die Städte Anwälte sind gegen manipulieren die Auspuffung, während die Fahrzeuge sind, und in Use, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding aufhören? Ich brauche es nicht in meinem Tag. Ich bin auch nicht fan, aber wir sind mit dem. Until I find a soldering gun. It's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, yeah, don't break the bosses toys. That's it for now. See you, Commander. Die zwei werden... Was wird noch interessant mit den beiden? Schöpferd, wie kann ich helfen? Haben Sie einen Moment zu sprechen? Natürlich. Plague on Omega dealt mit. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. Tell me more about the Salarian Special Tasks Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon analysis. Occasional wet work. Identify problems. Have neutralization options ready. Should need arise. Model for Council Spectre is based on Special Tasks Group. Very similar. Meet us. Similar in what way? Salarians lack numbers. Brute strength. Military prowess. Have to rely upon stealth. Intelligence. Agents trusted. Given wide operative freedom. Spectre similar. Given goal. Told to accomplish. Better. Funded of course. Didn't have to buy our own weapons. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert. High risk. Served under young captain named Kirihi. Studied Krogan Genophage. Took water. Tissue samples from Krogan colonies. Ich habe Kirihi getroffen. I worked with an SDG Captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's Cloning facility on Vermeier. Heard he was part of that. Jury rigged explosive. Hm. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado. Jarkin. Chest pounding. Uh, no offense. Nice talking with you, Morton. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. So, ich versuche hier gerade ein bisschen multitasking, weil ich langsam echt mal was trinken muss. Wie ich daran gedacht habe, habe ich die Geräusche rausgeschnitten, aber es musste langsam sein. Commander, you've received a new message at your private terminal. So, das hier auch direkt erstmal als gelesen mag hier. Das ist halt wegen unserer Narben. Also, die werden schlimmer, wenn wir Renegade-Aktionen machen und heilen, wenn wir Paragon-Aktionen machen. Und wenn wir diese Heil-Technologie holen, dann ist es halt egal. Dann haben wir immer die Heilung. Ich habe green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy or Miranda? I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. You're such a dog. You're the best, Commander. We just got those FBA-Kouplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some skillion-5-Poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The Commander doesn't want to play cards with grease-Monkeys like us. Warum nicht? In fact, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. I hope you're up for some competition. This should be good. Shit, you play some mean cards, Shepard. I've never seen Kenneth sweat like that. You're all right, Shepard. Most officers are wooden, but I fell nice with the likes of us. Soviel zu den beiden. So. Ja, das brauchen wir nicht nochmal zu sehen. Ich würde sagen, wir rekrutieren noch Archangel. Dann war es das auch. Ja, das war wir nicht. Judging by the quarantine reports, the plague has been completely eradicated, Shepard. Dr. Solis' assistant has been helped. Vielen Dank.